Moin Moin und da sind wir wieder zurück bei Guild Wars 2 so in diesem Fraktal können wir unsere Blutrünstigkeit frohen Lauf lassen denn als Nebenerfolg muss hier alles getötet werden so entsprechend gehe ich mal kurz hier hinten lang um da zu sehen ob da was ist denn auch weiße kleine Viecher müssen alle dran glauben alles den leider den Bonus nicht ich glaube das hatten wir schon mal probiert dann aber anscheinend irgendwas übersehen hier ist nichts mehr ganz gemein wäre es natürlich wenn sie da irgendwie an so einem an der Klippe hängen ja hinten habt ihr geguckt ja dabei schon hier wird schon wieder zu viel gesprungen kann auch ansehen angehen dass sie denn hier mal umgeistern hier ich bin gucken lasst die Stürme haben ja Zeit jo vielleicht denkt ihr das nächste Mal vorher nach wo ist er hin da da ist er ah reflektiert Projektile ist natürlich für da wird gleich noch schlimmer für eine Waldi super also bevor wir zum Endboss gehen vielleicht hat dann noch schnell äh ich sehe hier mal nix nö hier irgendwo nö guck hier mal rum das erinnert so ein bisschen dann doch wieder an Guild Wars 1 diese Jade Minen ja Jade Bereiche da ist nix so wie es aussieht ich will Kanter zurück was muss ich den Entwickler bezahlen damit sie mir das programmieren mir alleine machen die exklusiv LP oh ja das war geil gut du das mitmachen ich war ja die Luxor wie die hießen das andere war mir zu die Kursik war mir zu dunkel ne ich war Kursik die Luxor war mir zu zu fischig ja nicht fischig zu blöd einfach zu zu ungebildet keine Kultur die hatten einfach was von einem von einem blöden äh barbaren Stamm wollte ich nix mit anfangen da mochte ich lieber diese Gothic diese Kursiks diese Kursiks vor allem der schöne war diese ganzen Orte hatten ja mehr oder weniger deutsche Bezeichnungen ich guck hier mal ums Eck hier ist nix da ist gar nix ich geh nochmal ein Stückchen weiter ne ok also ich hab hier noch gar nichts weißes gesehen wahrscheinlich war ganz am Anfang als ich noch nicht am Video dazu aber äh da kommt auch nix ne da ist nix da ist nix so hier hier bei mir achso da geht's aber glaube ich sowieso weiter ja ja hier geht's weiter da hol ich nix 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 normal rennst du ja nur durch also ich kann ja gar nicht sagen was hier noch ist oh mein mein Bonus der ist schon so lange her ja ja ich hab's ja schon länger abgeschlossen was hast du? offenes Grab abgeschlossen naja dann du auch dann war ich wahrscheinlich der Einzelne der noch nicht hatte danke vielleicht ich weiß nicht ob ich das hab äh kann man ja mal kurz nachschauen kleinen Moment äh äh ok hab ich alle Monster im Fraktal solider Ozean innerhalb der Fraktalen Nebel besiegt ja haben wir sehr schön dann hatte ich das tatsächlich schon hui so du wolltest noch was sagen wegen ja wir können noch ein bisschen weiter springen bis hier so ja ich glaub ich kenn's auch noch so ein bisschen also hier von Qual betroffen ah hier gibt's ja noch gar keine Qual das kommt gerade die Meldung Lucky kennst du das auch? nein ok also erstmal killen wir hier so ein bisschen ne also wir müssen zwei Tentakel das sind diese Dinger hier lasst mein Ziel an hab ich markiert äh abhacken die Spawn auch immer wieder neu ja also es bringt nichts dass man einmal alles abräumt und dann ist Feierabend ne ne kommt immer wieder neu und auch so ein paar Veteranen von diesen Riesen hier oder wie die Dinger heißen ähm umbringen dann kommen irgendwann andere so äh äh kristallelementare oder sowas die reflektieren Geschosse also wenn du die mit deinem langen Bogen 2 angreifst dann bist du vielleicht danach selber tot wenn du die mit Knockback angreifst und schießt sie an der Kante dann schießt du dich selbst runter ok die musst du im Nahkampf nehmen also da muss man Nahkampf wechseln dann wenn die wenn man die killt die droppen so Schilder die Schilder bringen wir alle hier hinten zu den Steinen und dann ab und zu macht der Dicke in der Mitte ähm sucht sich einen aus er hat dann eben auch so ein Fadenkreuz über dem Kopf da muss man so ein Schild nehmen dann macht er einen Strahlauf ein äh dann hat man so eine kleine Kuppel um sich rum und dann kann man das Schild dem ins Auge schmeißen und nur so kann der auch Schaden kriegen und das machen wir so lange bis der auf 8% ist immer weiter killen die Schilder hier hinten hin holen wo hier der erste ungefähr steht da ablegen ähm mit Waffen wechseln oder? was ne die äh das zeigt er nachher und du griffst nachher so eine Kuppel und wenn er auf die Kuppel sein Auge dann wird die 1 oder ich glaub die 2 wird dann freigeschneiden ich meinst du äh da ablegen mit Waffen wechsel oder? ja ablegen mit Waffen wechsel genau und ähm wenn man kein Schild in der Hand hat dann kippt man um also der Haul ein direkt dann in den Downstead dann hoffen wir es schaffen dass keiner von uns in Downstead äh geht äh geht also nicht einmal einer getroffen wird von diesem Strahl da gibt es auch einen Erfolg gibt auch 5 Verfolgspunkte okay das wäre ein Netz aber ich äh zweifle da noch so ein bisschen dran da wollte ich gerade sagen ja umma ja sehen wir dann ja ja probieren wir was äh wir fangen an indem wir hier rüber laufen weil dann können wir mich da hinten direkt das erste Tentakel umhauen ohne dass äh die anderen uns angreifen naja einer scheint zu kommen so er ist der Tentakel ist weg und wir versuchen schön hier hinten zu kämpfen ne ja mhm und die Meisten und und dann kann man ja ran gehabt er ist das geschehen weit raus zu so jetzt machen wir mal der zweite Tageländen weghauen okay hier hier eine hat aber noch kein Schild jetzt liegen hier die ersten wir nehmen mal das vordere Tentakel hier aufs Korn ja ruhig ich sehe nicht wo ich denn das war das ich bin jetzt hier zwei sagt ruhig welche ja egal in der Tat und an der Weg jetzt haben wir mal die reflektierenden kristalle hierher und bleiben immer schön hier hinten und dann einfach aufheben man muss dann sofort aufhören zu kämpfen wenn man das den babbel auf dem kopf hat hier ein bisschen näher in die babbel war in die zu den kristallen hin was ja mit rausholen könnt ihr sehen wenn ihr den ja der war aber sehr kurz da also die sind immer nur ganz kurz da zu kurz da ist so ein alter herr wie ich hatte nicht mehr die reaktionszeit was soll wir denn dann erst sagen mit abstand der jüngste das kann nicht sein ja das ist aber doch so auf dem auf dem auf dem laki 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 hat ich wollte ich gemacht habe aber er kriegt das nicht ja ich habe mal neue er ist zufälliger zeit echten schaden anzurichten im nahkampf so die nebenher nicht nicht auf die schiefen der folgte auch noch ja oder kann er nicht zu selten machen das stimmt ich bin ruhig staune ja ja ich habe ein waffel ich habe ein waffel so jetzt können wir hoch retten ja ich habe nochmal waffeln ich hoch retten oh alter okay zuerst das dürfte schneller gehen so was oh nein ey diese scheiß Gretze liegt ungünstig ja 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 liegt ungünstig na he meine Güte jetzt wollte er mich schon wieder anspucken hier ja ist schnell ich habe gerade mit dem F F F F F F F F F Schild aufnehmen was muss ich dann machen mit dem Schild man du kannst dem nicht ausweichen ne du musst noch mal angekotzt wurde das mit der bubble das ist immer so wir können eigentlich hier stehen bleiben wir müssen nichts mehr bekämpfen wir haben ja genug von diesen dingern wir müssen nur noch immer die kristalle aufnehmen und du hast du es das war zu spät andere man kann auch mit waffel sich hier entstellen jetzt mit dem mit dem schild so eigentlich muss man so ein ding nehmen und dann auf ihn werfen genau jetzt aber das nächste und so lang kein tentakel näher herankommt meint auch egal okay da ist jetzt eine direkt bei uns genau den bekämpfen ich habe ich habe ich habe schon noch mal ein paar ja ich habe kein problem schon wieder nimm dir hier das schild hier vorne sein ja gerade war es ein polder der so genau und komm 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 jetzt nimm das zweimal noch nur ein paar schilder so jetzt macht dann nicht schild nehmen jeder ja opp nio oh das geld freigeschaltet asura schuhe na toll GZ Lektion der Qual 2240 Kramer habe ich gekriegt Studienmaterial zum für Qualwiderstand sehr schön dann sehen wir uns in der nächsten Folge bis denn, ciao ciao tschüss